Das war das für ein Stress. Entschuldigung. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Jedes Mal schade. Schade. Und was? Stress? Ich habe gelernt, Stress ist... Du musst mir nochmal deine... Entschuldigung, das ist doch eh off. Das ist doch eh off. Weiß ich noch nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch doof, weil er so lange ist und weil du siehst so toll aus. Das war ein Ritt, ne? Jetzt... Mach ich nochmal. Mann. Hey. Du hast eben die Ausschreibung gewonnen. Nein. Ey, Digga, was geht, Alter? Alte Säge. Lange nicht gesehen. Krass, Alter, Digga. Mann, waren wir das letzte Mal, wo wir es gesehen haben. Ist das R.O.A. Ey, das war voll geil. Da haben wir zu dritt, haben wir richtig unseren Eint eingelötet. Weiß ich doch, oder? Das war richtig geil. Alter, war nicht breit, ey. Und du? Ja. Jetzt, pass auf. Ja. Okay. Okay. Und ich glaube, Stress wird es immer geben. Stress ist echt vielschichtig. Ich habe voll den Stress. Und dann? Jetzt kommt es. Ja. Ja. Ja, weißt du nicht. Ich küche jetzt. So, nun aber. Oh nein. Voll frisch. Und die Küche in grün? Ja. Kommt die, oder was? Martin, wir haben es doch schon. Ja. Scheiße, es wird Stress immer geben, dass wir sehr viel Freude und Spaß haben. Darum würde ich sagen, viel Spaß und viel Toi, Toi, Toi. Tja, vielen Dank. Das war es leider nicht. Tut mir leid. Es tut mir leid. Echt? Es tut mir so leid. Mach. Scheiße. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Am Ende des Projekts treffen Sie sich und Ihre Kolleginnen zusammen. Verdammt. Stress? Mit welchem Fehlen denn? Ihr müsst weggehen, ja? Ja. Du hast sie, du hast eine Abenteuerung. Du hast sich schon konseriert. Wie schon? Ich und ich. Vielen Dank.